«Auf Franzese, c'est so schön. Tout est bon dans le cochon. Alles fein im Schwein.» Der Ausfall auf ein Fleischstück ist gross. Meine Favoriten sind der Alsbraten, das Kotelette und der Saucisson vaudois. Meine Gäste sind am liebsten Schweinsfüsse, die lang gekocht sind und schnell gratiniert. Für mich ist Schweizer Schweinsfleisch ein besonders genussvolles und traditionelles Stück der Schweiz und nicht ohne Grund ein klarer Favorit auf unserem Teller. Es hat ein optimales Fleischfettverhältnis und ist schön rosa, feinfaserig und wunderbar zart. Das Fett macht das Fleisch schön saftig und hat viel Aromastoff, die den typischen feinen Fleischgeschmack ausmachen. Darum sollte man das Fett auch nie vor dem Zubereiten wegschneiden. Das Fett ist ein wenig, das Fett ist ein wenig, das Fett ist ein wenig.